Heute zeige ich euch einen Fall, wo wir stark kariöse Zähne wieder aufgebaut haben. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich begrüße euch. In diesem Video möchte ich euch gerne einen Patientenfall zeigen, wo wir stark kariöse Zähne gesäubert haben, von Karies entfernt haben und dann wieder so aufgebaut haben, dass wir diese Zähne dann später mit Zahnersatz versorgen und andere Zähne haben wir dann so aufgebaut, dass die dann auch mit einer Füllung verbleiben können. Zu diesem Fall möchte ich sagen, das ist ein Patient, den wir an zwei Tagen komplett saniert haben. Also wir haben sozusagen diese Vorbehandlung, ich nenne es mal Vorbehandlung, Füllungsvorbehandlung, bei uns in der Praxis an zwei Tagen gemacht. Das war ein Dienstagnachmittag vier Stunden und ein Mittwochvormittag. Das ging fast knapp fünf Stunden, also vier Stunden fünfzig hat diese zweite Sitzung gedauert. Also wir sind bei knapp neun Stunden Behandlungszeit gewesen, wo wir diese Füllungen wieder aufgebaut haben. Zusätzlich haben wir bei diesem jungen Patienten eine Revision an einer Wurzelfüllung gemacht und zum Schluss haben wir noch eine Prophylaxe gemacht, nachdem alles fertig gewesen ist. Warum haben wir die Prophylaxe zum Schluss gemacht und nicht zu Beginn? Bei den Patienten haben wir nicht viele weiche Belege gehabt und wenn wir an irgendwelchen Zähnen Belege hatten, haben wir das Ultraschall dabei gehabt und dann haben wir jeden einzelnen Zahn für sich sozusagen vorher bereits sauber gemacht. Aber nachdem wir komplett fertig gewesen sind, haben wir dann nochmal eine richtige PZR-Prophylaxe gemacht mit Ultraschall, Subgingival und anschließender Politur. Dieser Patient ist aus einer Entfernung von fünf Stunden Fahrzeit zu uns hergefahren. Wie gesagt, an zwei Tagen behandelt. Schöne Grüße gehen raus und dann zeige ich euch jetzt die Fotos. Gehen wir zum ersten Foto über. Hier sehen wir die Oberkieferaufsicht und wir sehen Amalgam-Füllungen. Bereiche von Füllungen, wo mal Füllungen gewesen sind, also im hinteren Backenzahnbereich sind herausgefallene Amalgam-Füllungen. Dann haben wir einen stark kariösen Zahn weiter vorne am Eckzahn. Also jetzt auf der rechten Seite sieht man das hier, dass das stark kariös ist an der Außenfläche des Zahnes. Wir sehen des Weiteren aber noch, dass da Nahtmaterial ist. Kurz bevor er zu uns gekommen ist, das mag ungefähr drei Wochen davor gewesen sein. Da waren Zahnextraktionen in seiner Heimatstadt gemacht worden. Drei Zähne wurden entfernt. Das hatten wir aber alles vorher abgesprochen. Ich hatte das mit ihm abgesprochen, hatte mir das Röntgenbild angeschaut und der Patient hatte mir auch Fotos zugeschickt, damit ich mir einen Eindruck machen kann. Diese Fotos haben wir jetzt hier gemacht. Zu Beginn, als wir angefangen haben, da war noch das Nahtmaterial drin. Ich habe das dann entfernt. Und dann haben wir an allen Zähnen die Füllung gemacht. Im Oberkiefer, den Oberkiefer haben wir nicht komplett an einem Tag geschafft. Dafür aber den Unterkiefer. Also den Oberkiefer haben wir zur Hälfte gemacht. Den ersten Tag und den kompletten Unterkiefer. Und dann hatten wir noch, glaube ich, für den zweiten Tag noch fünf Zähne übrig, wo wir einen davon mit einer Endorevision gemacht haben. Also Endorevision heißt, der Zahn war bereits wurzelbehandelt. Wir haben diese Wurzelfüllung entfernt, rückgängig gemacht, weil der Patient eine Entzündung an der Wurzelspitze hatte. Er hat zwar davon nichts gemerkt, aber für eine spätere Übergronung sollte so ein wurzelgefüllter Zahn akkurat sein und auch entzündungsfrei sein. Und deswegen müssen wir den Zahn nach der Wurzelfüllung auch genug Zeit geben, damit gegebenenfalls auch diese Entzündung entfernt werden kann von dem Körper. Der Körper beseitigt das. Und wenn der Herd beseitigt ist um die Wurzelspitze herum, dann sieht man das gegebenenfalls sogar nach einem Jahr, dass da der Defekt um die Wurzelspitze herum, dieser knöcherne Defekt, wieder mit neuem Knochen sozusagen aufgefüllt ist und wieder physiologisch und gesund aussieht. So, wir haben die Nähte entfernt, wir haben die Amalgamfüllungen, die zwei sichtbaren Amalgamfüllungen entfernt, haben dort Füllungen und Aufbaufüllungen gemacht. An den Schneidezähnen erkennt man, dass im Oberkiefer die Schneidekante sehr stark abgenutzt ist. Also da haben wir sozusagen sehr starke Abnutzung an den Schneidezähnen, das werden wir gleich an einer anderen, aus einer anderen Sicht nochmal sehen. Dann zeige ich euch mal den Unterkiefer. So sieht der Unterkiefer aus, auch eine große Amalgamfüllung. Dann haben wir auf der einen Seite auch zwei stark kariöse Zähne, wo auch Füllungen herausgefallen sind und auch neue Karies entstanden ist. Zahnhalsfüllungen, die erneuert werden mussten, im Oberkiefer wie auch im Unterkiefer jetzt auch hier. Die einzigen vier Zähne, die ich nicht angetastet habe mit Füllungen sind die vier Schneidezähne im Frontzahnbereich, soweit ich mich erinnere, die vier Schneidezähne im Frontzahnbereich, musste ich nicht füllen. Die waren in Ordnung. An den Zahnhälsen hatten die nichts und die hatten auch keine Füllungen an den Schneidekanten oder sonstiges. Auch hier wurde ein Zahn entfernt. Auf der Seite unten rechts, was man jetzt so sieht, das ist jetzt alles gespiegelt. Also wenn unser Patient dieses Video sehen sollte, dann sollte er sich nicht wundern. Es ist alles gespiegelt. Ich habe das sozusagen nicht so gedreht, wie er das dann auf dem Foto sehen würde, weil er ja immer direkt fotografiert hat und ich sozusagen über den Spiegel aufgenommen habe. Ich habe das nicht nochmal so gedreht. Ich habe das so gelassen für unser Video. Genau. Hier wurde auch nochmal ein Zahn entfernt. Die hinteren Füllungen haben wir auch entfernt, wo provisorisches Material drin war. Das ist so eine Art Zement-Kunststoffmischung, Glacione-Omer-Zement genannt. Das ist nicht für definitive Füllungen geeignet, das Material. Das ist nicht freigegeben von den Herstellern. Dann zum nächsten Foto. Hier sehen wir die Frontalansicht der Zähne. Wir sehen die stark abgenutzten Schneidezähne. Wir sehen auch im Schneidezahnbereich zwei unterschiedliche Materialien. An der Schneidekante einmal etwas helleres und etwas gelblicheres Material. Das ist ein Füllungsmaterial, was dort drangesetzt wurde, was etwas gelber ist. Gar nicht der eigenen Zahnsubstanz von der Farbe her entspricht. Hier sieht man jetzt eindeutig auch das Nahtmaterial und den stark kariösen Eckzahn, den wir dann auch letztendlich gemacht haben. Im Unterkiefer haben wir auch zwei Zähne an den Eckzähnen. Der eine hat eine Zahnhaltsfüllung, der andere hat eine Kariesstelle, was wir dann auch gemacht haben. Und hier nochmal die Ansicht von der Seite, die Front. Dann haben wir die andere Seite. Der Patient hat ein Lückengebiss, was auch eine Herausforderung letztendlich ist dann für später für den Zahnersatz. Man muss natürlich immer bedenken, möchte der Patient seine Zähne so hergestellt haben, dass man ihn wiedererkennt und dass man nicht erkennt, dass da jetzt irgendwie Zahnersatz gemacht wurde. Oder möchte er das lückenlos am Ende haben, dann muss man halt besprechen, welche Zähne da im Zahnersatz mit einbezogen werden und welche nicht. Ich zeige euch mal gleich nochmal zum Schluss die Situation, die ich meine, wo es diskussionsbedürftig ist und ich hatte auch die Diskussion das letzte Mal mit dem Patienten geführt über Telefon, wie wir da weiter vorgehen, was das Resultat eigentlich sein soll, was er sich selber auch wünscht, wie er sich das selber vorstellt, was ich mir vorstellen kann und was alles möglich ist. Das muss man alles besprechen. So, Naht haben wir hier entfernt und jetzt zeige ich euch die Situation, nachdem wir diese kariösen Stellen entfernt haben, die Karies entfernt haben, die weichen Bereiche an den Zähnen entfernt haben, alte Amalgamfüllungen entfernt haben. So, das ist jetzt die Situation, wie wir die Zähne fertig gemacht haben mit Aufbaufüllungen, ja. Also nochmal, Aufbaufüllungen sind dafür da, dass die Zähne später beschliffen werden in Form von, sei es eine Krone, sei es eine Teilkrone, sei es ein Inlay, ja. So, dann haben wir Füllungen gemacht, definitive Füllungen, die dann auch so verbleiben können. So, angedacht ist jetzt im Oberkiefer, dass wir festen Zahnersatz machen. Das ist gut möglich, weil die Lücken relativ begrenzt sind. Ja, das heißt, auf seiner linken Seite fehlt ein Zahn, da könnte man eine Brücke anfertigen. So, und auf seiner, auf der rechten Seite fehlen zwei Zähne, der Zweier und der, ja, Vierer, Fünfer. Auf der Seite fehlt ein Zahn, also ein kleiner Backenzahn. Da muss früher irgendein zweiter Backenzahn gewesen sein, außer der Zahn war gar nicht angelegt. So. Es würden sozusagen auf seiner rechten Seite zwei Zähne dann reingemacht werden können, in Form von einer Brücke. Allerdings haben wir natürlich dann keine Lücken mehr, wenn wir eine Brücke anfertigen. Und die Lücke für den Zweier, also im Schneidezahnbereich, wo der Zweier ist, die Lücke ist ziemlich breit. Also muss man sich Gedanken machen, möchte ich gerne symmetrisch aussehen oder möchte ich asymmetrisch aussehen, ja. Und das würde dann ganz blöd rüberkommen, wenn man dort eine Brücke anfertigt. Das ist jetzt meine Meinung. Was wäre jetzt in diesem Falle besser? Man könnte gegebenenfalls, wenn man sagt, ich möchte unbedingt eine Brücke machen, haben, bekommen, dann wäre es eher angedacht, wenn man dann die anderen Zähne, auf der anderen Seite die Schneidezähne, auch mitnimmt und die dort dann auch überkront und die Lücken verschwinden lässt, ja. Alternativ, wenn man sagt, nee, ich möchte aber die anderen Zähne nicht machen lassen. Dann ginge zum Beispiel mit Erhalt der einzelnen Lücken am besten, am besten das Implantat mindestens im Schneidezahnbereich, im Bereich des Zweiers vorne, ja. Dann würde man dort ein Implantat setzen können, wo die einzelne Krone nach links und nach rechts zu den Nachbarzähnen einen gewissen Abstand hat. Also eine Lücke entsteht und dann würde sich das insgesamt gut einfügen ins Gesamtgebilde. Genau. Aber im Großen und Ganzen war angedacht, was Festsitzendes ohne Implantate. Aber die Diskussion hatten wir schon bezüglich Implantat oder Nicht-Implantat. Und da sind wir noch am Diskutieren. So, dann haben wir den Unterkiefer. Hier haben wir den Unterkiefer aufgebaut. Zahnhälse erneuert, Füllung erneuert, Karies entfernt, Amalgamfüllung entfernt und Aufbaufüllung reingemacht. In Lückenbegrenzten Bereichen, da wo die Lücken vorhanden sind, wo die Zähne fehlen, an den Zähnen habe ich auf jeden Fall Aufbaufüllung gemacht, weil dort, wie gesagt, angedacht ist, dass da Brücken oder Sonstiges hinkommen. Wir werden das aber alles abheilen lassen, in Ruhe, dass auch die knöchernen Defekte zugehen nach der Zahnextraktion. Und wir dann zu einem späteren Zeitpunkt schauen, wie sieht die Situation aus. Macht es Sinn, Kronen, Brücken in dem Bereich anzufertigen? Oder möchte der Patient doch noch das mit Implantaten versorgen lassen, sodass dann kleinere Einheiten entstehen? Macht das Sinn oder nicht? Das werden wir noch in der nächsten Zeit klären. So, das ist dann die Frontalansicht. Mal einwirken lassen, guckt euch das mal an. Der Biss ist natürlich ein wenig abgesenkt, dadurch schon alleine, dass die oberen Schneidezähne abgenutzt sind. Und in dieser Situation, ja, beißt der Patient natürlich auch vorne an seinen Schneidezähnen. Das erkennt man daran, dass er im Seitenzahnbereich keinen Kontakt hat. Ja, er beißt vorne zu, also er schielt seinen Unterkiefer nach vorne. So, dann haben wir auch wieder, er beißt vorne drauf. Die oberen Schneidezähne sind kürzer als die unteren Schneidezähne. Auch das müsste man bedenken. Bisserhöhung machen, macht das Sinn, seinen Biss, sag ich mal, so weit zu erhöhen, dass dann die späteren Zähne, die dann reinkommen, größer sind. Und dann müsste man die Oberkieferfront komplett mitnehmen und aufbauen. Hier sehen wir dann auch die Zweierlücke im Oberkiefer-Schneidezähnbereich, die wirklich sehr, sehr breit ist. Wo ich dann sagen würde, okay, da macht es Sinn, ein Implantat zu setzen, in diesem einen Bereich, bezogen jetzt nur auf den Oberkiefer. Ohne Berücksichtigung, sag ich mal, des Unterkiefers. Oder des Seitenzahmbereichs in dem Bereich. Im Seitenzahmbereich hatten wir ja diesen einen kleinen Backenzahn, der da fährte. Da könnte man eine dreigliedrige Brücke anfertigen. Ja, kann man. Und dann im Schneidezähnbereich dieses eine Implantat setzen. Mit Lücke zu den Nachbarzähnen, sodass es dann auch natürlich rüberkommt. So, und dann zeige ich euch nochmal das letzte Foto. Auf der anderen Seite. Hier haben wir natürlich auch eine Lücke oben, eine Lücke unten. Und man erkennt auch ein bisschen, dass das Zahnfleisch, das ist jetzt am zweiten Tag, das Zahnfleisch im Schneidezahnbereich nicht da, wo es ein bisschen blutet. Das war der zweite Behandlungstag. Da haben wir am zweier, am seitlichen kleinen Schneidezahn, die Revision gemacht. Am Eckzahn, vor dem Eckzahn, der kleine Schneidezahn, da haben wir die Revision gemacht. Und im Einserbereich ist das Zahnfleisch ein wenig lidiert. Ich zeige euch nochmal das andere Bild zuvor. Sieht man, dass im Oberkiefer-Schneidezahnbereich so ein bisschen weißlicher Bereich um das Zahnfleisch herum ist. Das ist dadurch entstanden, dass ich da auch natürlich, ich habe Fäden gelegt und ich habe auch viele Füllungen unter Kofferdamm gelegt, damit die dann akkurat und sauber und dicht gemacht sind. Nicht alle Füllungen konnten unter Kofferdamm gemacht werden. Viele habe ich unter Kofferdamm gemacht, die meisten habe ich im Schneidezahnbereich mit Fäden isoliert. Also ich habe Fäden an den Zahnhälsen gelegt, damit der Zahnhals ein wenig frei liegt. Genau, und hier unten auf der rechten Seite sehen wir, dass dort eine braune Stelle ist. Dann fragt ihr mich, warum habe ich das nicht weggemacht? Nein, das ist oberflächlich fest. Ich habe einen guten Zugang. Es ist fest, es ist verhärtet, es ist eine sogenannte arretierte Karies und die Oberfläche ist glatt. Und sowas mache ich nicht weg. Mich fragen immer wieder Patienten, ja, ich habe eine braune Stelle. Ja, ich habe da an der Glattfläche, an der Außenfläche zum Beispiel einen schwarzen Punkt. Ja, einen ganz, ganz klitzekleinen schwarzen Punkt. Also, das sind entweder ausgehärtete kariöse Stellen, die keiner Behandlung brauchen. Oder es sind irgendwelche verfärbte Verfärbungen, die dort vorhanden sind. Diese Stelle jetzt speziell würde ich jetzt nicht wegmachen. Das ist wirklich nur begrenzt im Zahnhalsbereich. Das sieht so aus, als ob es so einmal ums Eck gehen würde. Das ist aber nicht der Fall. Ja, das beschränkt sich im sichtbaren Zahnhalsbereich. Und da habe ich auch eine Füllung gemacht, aber nur nicht im Zahnhalsbereich. Das war nicht notwendig an dem Zahn. So, das war es zu diesem interessanten Fall. Eine sehr interessante Person, die sich gewagt hat, behandeln zu lassen von einem Zahnarzt, der weit, weit entfernt ist. Fünf Stunden Fahrzeit entfernt ist. Und natürlich muss das geplant werden. Natürlich ist das wichtig, dass man ganz genau weiß, was da passiert. Man muss sich natürlich absprechen. Der Patient hat selber Fotos gemacht. Er hat ein Röntgenbild gemacht. Ich konnte nicht hundertprozentig sagen, wo was ist. Die Fotos waren nicht schlecht, die ich bekommen habe. Das Vorgehen, was wir gewählt haben, war eigentlich gut. Ich habe das so weit geplant, dass wir wirklich weit kommen. Wir haben das auch so weit hingekriegt. Das hat alles super gut funktioniert. Und ja, Fazit ist, man kann aus der Entfernung auch einiges planen, wenn wir selber einige Unterlagen, etwas an Wissen, Bescheid wissen. Gegebenenfalls muss das auch einige Male mit dem Patienten diskutiert werden, um sowas vernünftig und gut hinzubekommen. Ja, das war es zu diesem Video. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Beim Abo die Glocke nicht vergessen. Jeden Dienstag um 20.15 Uhr bin ich live. Es werden Fragen gestellt, ganz, ganz viele Fragen eurerseits. Ich versuche die zu beantworten. Würde mich freuen, wenn ihr dazu guckt. Ja, wenn ihr dabei seid und aktiv Fragen stellt. Ich wünsche euch alles Gute und bis Dienstag. Ciao.